dienstag der 19 dezember 2023 hallo und herzlich willkommen zum neuen video wir öffnen heute das adventskalender türchen da unten ist das türchen beim netto adventskalender ich hatte das türchen nicht richtig auf und schon fiel die schokolade runter aber es ist ein auto bei dem kaufler Adventskalender ist ja da das türchen und wie gesagt das ist ein mond so kurzes stichwort wir sind ja bereits bei der top 5 angekommen mit den türchen also also viel gibt es dieses jahr nicht mehr da wir bei dem nidl adventskalender das türchen und da ist ebenso der mond zu sehen jetzt kommt der nidl adventskalender gehen gleich runter weil da das türchen ist aber wie ihr wisst auch das auto ich sag jetzt einfach mal nichts aber hier links ist es türchen außer schokolade ist da so bei den zweiten geschenken Adventskalender der aus dem aldi da ist das türchen kommt halt ein lkw zum vorschein und damit sage ich mal bitte like das video lasst ein abo da wir sehen uns auch am morgigen mittwoch am 20 da wäre dann das türchen bis dann